Mein Kindheitstraum wurde wahr und zwar einmal in einem Stadion Fußball spielen mit Zuschauern. Ich durfte nämlich beim Battle of the Socials in der MEWA-Arena in Mainz dabei, sondern ey, ihr glaubt gar nicht, wie aufgeregt ich war. Denn das Ganze war einfach das größte Creator-Event weltweit und ich bin im Team TikTok gegen Team Instagram, Twitch und YouTube angetreten. Was ich besonders cool fand, waren auch unsere Kameras, denn es wurde einfach wie auf Champions-League-Niveau übertragen. Aber zurück zum Spiel, denn direkt nach dem Aufwärmen und den letzten Besprechungen ging es dann auch direkt auf den Platz und ich war einfach in der Startaufstellung. Und meine Freunde haben mich dabei besonders hartkräftig unterstützt. Die hatten nämlich ein Spiel, dass sie bei jedem Beikontakt von mir einen Bierexten mussten. Das Spiel habe ich aber eher meinen Teamkollegen überlassen und das gemacht, was ich am besten kann. Lisa Küppers, übrigens die Erste beim Feiern. Wir haben dann das erste Spiel gegen Instagram gewonnen und dann ging es gegen YouTube ins Finale. So, und Lisa Küppers ist eingewechselt worden. Und auch das haben wir gewonnen, sodass wir dann einfach Turniersieger geworden sind, während Favoritenteam Twitch auf dem letzten Platz gelandet ist. Und unser ganzes Team, von dem ich alle so ins Herz geschlossen habe, war komplett überwältigt. Es war richtig geil. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir gewinnen. Deswegen ist jetzt so ein cooles Gefühl einfach. Danke an alle für diesen wundervollen Tag. So sehen Sie uns! Ciao!